ja hallo und herzlich willkommen zu meinen Slender Let's Bay 2 das erste ist ja schon sehr lange her aber egal ich würde es auch sagen das wird auch langsamer starten auf jeden Fall das spiel ich jetzt wieder die normale Slender-Vision wie ihr seht The Eight Pages was ich noch sagen wollte dass ihr kommentiert abonniert abonniert nicht okay nein das war schon Spaß gut auf jeden Fall wir starten dann einfach mal ich krieg schon wieder Angst naja egal wir laufen erstmal los was ich noch sagen wollte ist um schreibt einfach mal ein paar Kommentare darüber will ich mich davon empfiehlt mich an Freunden weiter und Prozent wenn ihr noch mehr von meinen Intros sehen wollte ich kann nicht ganz viel davon erstellen weil die es nachfragen darf da ach gut so und na gut ähm ich weiß nicht ob ich das im ersten Let's Bay schon erwähnt hatte der Slenderman der Slenderman kommt schon ähm auch wenn man keine Seite hat also deswegen hatte ich ein bisschen oder habe ein bisschen Angst jetzt rede ich schon in der Vergangenheit mit mir oh mein Gott gut 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 Oh Gott, jetzt... Oh, ich hasse das Haus. Oh Gott, 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 oh Gott... Oh, hier ist keine... Ich sehe eine Seite... Nein. So farf. Ja, ne, ich hab ein bisschen Angst im Haus, weil das letzte Mal, als ich hier im Haus war und, ähm, ja, okay, das war ja auch, weil ich ins Haus reingelaufen bin und dann, ja, also, das hab ich nicht hochgestellt als Let's Play, aber ich bin dann ins Haus reingerannt so, oh, ist da jemand, boah, man stand da vor mir hab ich mir schreckt, komm schon, scheiß Stuhl, sicher da auch nicht bum 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 Geh, alle meine Indien, drümmen auf den See, kippchen das Wasser, fändchen die Höhe Oh Gott, naja, egal, wir laufen mal weiter Ich hoffe nämlich, äh, es kann ja sein, es war nichts im Haus dicht, sondern bei diesen komischen, ja genau das, bei diesen Öl, Gas, was auch immer, Wassertanks Oh mein Gott, äh, äh, irgendwie sieht das hier sehr leer aus Alter, ich will diese scheiß Seite finden, bevor dieser Typ kommt und ich hab noch nicht mehr eine Seite Alter, ich will eine Seite Da, da hängt das HID Steht da drauf, can't run Aha, das ist gut So, äh, da lang Ne, da ist das Haus Na, egal Schuss, 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 schuss Ich könnte mal ganz schnell das Mikro an- und ausschalten und dabei reden Hallo, wo geht ihr mich noch verstecken? Ich find das irgendwie lustig Nein, okay, Spaß Gott, ich werd gleich erschrecklich Hey, cool, da ist schon Bewegen sich die Bäume? Ich dachte, naja Wo ist es, wo ist es, da Lauf hin Zwei von acht schon Ha, wenigstens besser als das eine vom letzten Mal Da hatte ich ja nur eine Seite Nimm, 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 nimm Ich glaub, ich drehe mich gleich Mal um Ich trau mich nicht, es rauscht Es rauscht Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Scheiße Lauf doch endlich Er ist hinter dir Ha, 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 ha Zum Glück kamen Menschen nur auf und nach vorn irgendwie rennt Das wieder war voll schlimm Gras Und was sehe ich denn da? Jaaa, dritte Seite Ja, das hat's dir Ja, das hat's dir Zone Super Ah, ich seh ihn nicht, ich nicht Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf doch. Ah ja. Ah ja, ah ja. Okay, was ich noch sagen wollte, ist falls... Noch, ähm, andere Spiele wisst ihr, die ich das playen sollt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt es auch in die Kommentare. Verstanden. Schreibt es in die Kommentare. Ihr kleinen Noobs, die vor dem Bildschirm sitzen. Nein, nix gegen euch. Ich hoffe, auf jeden Fall euch gefällt mein Kanal. Empfiehlt einfach eurem Freunden weiter. Wow, 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 wow. Scheiße! Herzinfakt! Herzinfakt! RENN! Wo ist er? Da! 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 Ich glaube, ich sollte ihn schon wieder ärgern. Ärgern! Lauf du! Ich hab dir doch nichts getan. äh wo sein wo sein ich will wissen wo er ist nein scheiße 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 wo ist er scheiße wasser denen ich gehe ich will gar nicht mehr Hat euch gefallen, das war mein Video, auch wenn ich mich ein bisschen erschreckt habe. Und ja gut, dann bis zum nächsten Mal, euer Frostghost. Empfehlt mich weiter, abonniert mich und ciao.